MabacherTV ist von jeher ein Ort, an dem der gepflegte Behindertenwitz nicht nur gelebt, sondern auch zelebriert wird. Und in diesem Geiste freue ich mich sehr, dass nun auch das Diakoniewerk eine Kampagne startet, die diesen Gedanken unterstützt und weit trägt. Unter dem Motto, Lachen hilft, Spenden auch, erzählen Bewohner und Mitarbeiter des Diakoniewerks Behindertenwitze, aber auch Witze über alte Menschen. Und verhelfen so dieser weit unterschätzten Gattung des Humors zu mehr Publikumswirksamkeit. Und darum freue ich mich sehr, das Diakoniewerk bei dieser Kampagne unterstützen zu dürfen. Ab Montag bis kommenden Sonntag gibt es hier auf MabacherTV jeden Tag um 7 Uhr früh einen Witz aus der Kampagne des Diakoniewerks. Ich hoffe, euch gefallen die Witze. Schaut mal auf die Kampagnen-Seite Lachen hilft vorbei. Und wenn ihr ein paar Euro übrig habt, gebt ihnen eine kleine Spende. Allein für die Idee haben sie es sich verdient. Und wenn ihr nicht spenden wollt, aber auf der Suche nach coolen Sachen seid, schaut mal bei denen im Shop vorbei. Ich sag nur, Topflappen, geiles Zeug. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Und nicht vergessen, jeden Tag reinschauen. Lachen hilft Woche, hier auf MabacherTV. Ich sag nur,'s gut. Beg und synchen und drauf. Also. Bögen.